Die Gottheit Gar vielen Namen hat Allvater, stetig wacht der Vater aller Götter. Sei dir bewusst, dass der absolut unkriegerische, große, fragende und reisende Gott der Germanen absolut friedlich war. Er war kein Missionar, kein Besatzer, kein Besserwisser. Er war bescheidener, suchender und fragender. Vergleiche diese Gottheit mit dem kriegerischen, lügenden, fremde Länderbesetzenden und völkerunterjochenden Judäachristen. Überlege dir, was die Christianisierung für unsere nordische Zivilisation bedeutete. Überlege, wie viele alte schamanistische, spirituelle, friedfertige Traditionen durch das rasende Kreuz der Römer in Schutt und Asche gelegt wurden. Überlege dir, was es hieß, dass die Inquisitoren, also Jesuiten, Katholiken, Freimaurer, hunderttausende von Heilern, Heilerinnen, mitsamt ihrem Wissen auf dem Scheiterhaufen der Kirche verbrannten. Dass ihre Missionare auf der gesamten Erde alle Weisheiten auslöschten und raubten, was ihnen nicht gehörte. War der Tausch Jesus gegen Odin für unsere Welt wirklich vorteilhaft? Er ist Hochgott der Asen, höchste und erste Gottheit, Gott der Dichterkunst, des Wissens, der Magie, Himmels, Kriegs und Totengott. Als Sturmgott ist er Anführer des Vuotan-Heeres. Odin, der Finder der Runen, Gott der Runenweisheit und Schutzgott der Skalden. Odin, der Allvater, Sohn des Burr und der Riesin Bestlar. Zusammen mit seinen Brüdern Höner und Lodur schuf Odin das erste Menschenpaar, Askr und Embla und gab ihnen die Seele. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er sitzt auf seinem Thron Litzkialf in dem Saal Valaskialf in der Götterburg Asgard und kann die ganze Welt von dort aus beobachten. Er ist allsehend, was gesagt und was getan wird. Odin zur Seite stehen die Raben Hugin, Gedanken, und Munin, Erinnerung, die jeden Morgen von ihrer Reise zurückkehren, um Odin Neuigkeiten aus der Welt zu berichten. Ebenso begleiten ihn die beiden Wölfe Geri, gierig, und Freki, gefräßig. Mit seinem achtbeinigen Hengst Sleipnir reitet er gegen die Mächte der Finsternis. Odin verpfändet seinem Onkel Mimir sein Auge, um aus dem Wahrheitsbrunnen den Mett Odrörir trinken zu dürfen. Seinen Reichtum verdankt er seinem goldenen Ring Traubnir, von dem alle neun Tage acht weitere Ringe tropfen. Im Kampf verlässt er sich auf den Speer Gungnir, der das Ziel niemals verfehlt. Die mythische Ehefrau Odinst ist Frigg, deren altdeutscher Name Frija mit dem nordischen der Wane-Göttin Freja identisch ist. Auch in der Edda wird Frigg mit Freja identifiziert. Seine Frau gebar ihm die Söhne Thor, Balder und Tyr. So ist Odin auch nicht nur Gott der Gefallenen in Valhall, sondern allgemein der Totenführer, wie es der ältere Mythos der wilden Jagd ausdrückt, in der alle Totengeister unter Führung Odins durch die Nacht reiten. Sein Gefolge sind 13 Geisterkriegerinnen, die Walküren, Walküria, und die Seelen der gefallenen Krieger, die Anheria, die in Valhall, die Halle der Gefallenen, wohnen. Diese glänzende Halle stand in Glatzheim, vor ihr der Hain Glaser, dessen Bäume goldene Blätter trugen. Über der Haupttür des Saals, der so hoch war, dass man kaum seinen Giebel sehen konnte, hing als Symbol des Krieges ein Wolf, darüber ein Adler. Der Saal selbst, mit Schilden über Speerschäften gedeckt, hatte 540 Türen, durch deren jede 800 Einherjahr schreiten, wenn es zum großen Kampf mit dem Fenris-Wolf geht. Die Krieger sammeln sich für Ragnarök. Für diese Tapferen, die nach dem Tode auf der Wallstadt zu Odin kamen, war er bestimmt. Unter Odins Vorsitz schenken die Walküren reichlich den Med aus. Alle großen Kulturbringer weltweit tragen den Namen Wotans oder Odins. Das erste Zitat ist vom Dalai Lama aus Einführung in den Buddhismus, die Harvard-Vorlesungen, Freiburg im Breisgau 1993, Seite 177 bis 178. Zitat In einer Schrift finden wir eine bemerkenswerte Aussage des Buddha, die er zu der Zeit machte, als er in Indien lebte. Er sagte, dass nach einer bestimmten Zeit menschliche Wesen in einem schneebedeckten Land auftauchen werden, nachdem sich ein See abgesenkt habe. In den Jahren um 1947 und 1948 flohen, wie Sie vielleicht wissen, zwei Europäer, Peter Aufschneiter und Heinrich Harrer, aus englischer Kriegsgefangenschaft von Indien nach Tibet. Sie wurden von der tibetischen Regierung eingestellt. Aufschneiter befasste sich mit Konstruktionsarbeiten für eine Bewässerungsanlage. Während er einen Kanal aushob, stieß er auf eine überdeckte Truhe, in der er ein vollständiges Skelett und einige Gegenstände wie Anhänger und kleinere eiserne Messer fand. Er schickte das Skelett und die Gebrauchsgegenstände nach Europa, damals ins Deutsche Reich, um sie untersuchen zu lassen. Man fand heraus, dass sie über 4000 Jahre alt waren. Das bedeutet ganz offensichtlich, dass sich zu der Zeit, als der Buddha in Indien lebte, sich schon Menschen in Tibet aufhielten. Folglich kann sich die Schrift, die davon spricht, dass nach der Zeit des Buddhas im Schneeland menschliche Wesen im Anschluss an die Absenkung eines Sees erscheinen werden, nicht auf das ganze Gebiet Tibets beziehen, sondern nur auf eine Region um Lhasa, die demnach zu Lebzeiten des Buddha ein See gewesen sein musste. Es gibt ein anderes naturwissenschaftliches Argument dafür, dass die Region um Lhasa zu jener Zeit ein See gewesen ist. Etwa im Jahre 1953 kam ein chinesisches Team von Archäologen und Geologen nach Tibet, um nahe der nördlichen Bergkette des Lhasa-Tales Forschung zu betreiben. Am Fuße der Berge fand die Gruppe ein sehr großes fossiles Blatt, das nach der Aussage eines ihrer Mitglieder die tibetische Geschichtsschreibung bestätigte, nach der das Gebiet um das spätere Lhasa in frühen Zeiten ein See war. Das Fossil ist ein deutliches Indiz dafür, dass früher in dieser Gegend ein von Wald umgebener See lag. Wenn wir diese verschiedenen Quellen miteinander verbinden, können wir schließen, dass das Gebiet um Lhasa ein See war, aber gleichzeitig auch schon Menschen in der Umgebung lebten. Das ist ein Beispiel dafür, dass es sehr interessant und nützlich ist, Aussagen in den Schriften und tatsächliche Funde miteinander zu kombinieren. Zitat Ende Das nächste Zitat Zitiert nach Viktor und Viktoria Tremondi aus dem Buch Hitler, Buddha, Krishna Wien 2002, Seite 131 bis 132 und beschreibt die Worte des neunten Panchen Lama zum deutschen Geschäftsmann Eduard Fürholzer. Zitat Es gab immer in der Weltgeschichte große Reiche. Das wiederentstandene Deutschland aber ist das eindrucksvollste. Es erobert die Welt nicht durch Waffen, sondern durch seine Gelehrten und Erfinder. Es schickt nicht Armeen, sondern Lehrer des Fortschritts. Als die ganze Welt gegen Deutschland kämpfte, lagen Hoffnungen und Wünsche der kleinen Völker nur beim Deutschen Reich, dessen Sieg auch für sie Befreiung bedeutet hätte. Als Deutschland unterlag, glaubten wir trotzdem unvermindert an seine kommende Mission. Deutschlands Niederlage nach so vielen Heldentaten seiner Heere wurde überall mit Schmerz empfunden. Doch die Gewalten über uns haben es gut mit Deutschland gemeint. Nach innerer Läuterung steht es heute größer und herrlicher da als je zuvor. Aufs Neue ist es zum Führer, Lehrer und Befreier unterdrückter Völker geworden. Wenn ich erst einmal die Regierung des ganzen Landes wieder übernommen habe, entsende ich einen Vertreter zu Sitala, tibetisch für Hitler, um dem Führer des deutschen Volkes meine Achtung und Freundschaft zu versichern. Dann kann ich auch an Reformen denken, die mein Land dringend braucht. Ich weiß, dass Hisitala mir dabei helfen wird. Überbringen Sie meine Grüße dem Führer der Deutschen. Zitat Ende Das nächste Zitat stammt aus der gleichen Publikation namens Hitler, Buddha, Krishna von Victor und Victoria Tremondi. Wien 2002, Seite 130 Reting Rindpunsche dankte für Schäfers Hakenkreuzrede, kraulte dem Deutschen den Bart und übergab ihm zwei versiegelte Sendschreiben, eines an Adolf Hitler, Zitat, dem Führer und Reichskanzler, und ein weiteres für den Reichsführer SS H. Himmler, Zitat Ende Über den Inhalt des Schreibens an Himmler ist nichts bekannt. Dasjenige an Hitler wurde später von den Thibiotologen des SS-Ahnenerbes übersetzt. Zitat Dem vortrefflichen Herrn Hitler, in Klammern König, der Deutschen, war darin zu lesen, der erlangt hat die Macht über die weite Erde, möge ihnen miteinander körperliches Wohlbefinden, friedliche Ruhe und gute Taten beschieden sein. Gegenwärtig bemühen sie sich um das Werden eines dauerhaften Reiches in friedlicher Ruhe und Wohlstand auf rassischer Grundlage von Trimondis. Deshalb erstrebt jetzt der Leiter der deutschen Tibet-Expedition, der Sahib Schäfer, Schepa, zumal keine Schwierigkeiten im Wege stehen, bis zu einem unmittelbaren Verkehr mit Tibet nicht nur das Ziel der Festlegung der persönlichen freundschaftlichen Beziehungen, sondern hegt darüber hinaus auch den Wunsch einer künftigen Ausdehnung des vorgenannten gegenseitigen freundschaftlichen Verkehrs auf unsere beiderseitigen Regierungen. Nehmen Sie nun, Eure Exzellenzführer, wörtlich König, Herr Hitler, zu diesem Verlangen nach gegenseitiger Freundschaft, wie sie von ihrer Seite ausgesprochen wurde, unsere Zustimmung. Dies gestatte ich Ihnen zur Bestätigung mitzuteilen. Das nächste Zitat ist von dem Tibet-Forscher und Hitler-Vertrauten Sven Hedin in einem Brief vom 4.6.1949, auch wieder zitiert nach Viktora und Viktoria Trimondi aus Hitler, Buddha und Krishna. Zitat Man hegt in den westlichen Ländern eine tödliche Furcht vor dem Wiederauferstehen Deutschlands. Deshalb muss Deutschland niedergehalten werden, wenn möglich ausgelöscht werden. Doch das wird niemals glücken. Die germanische Rasse kann nicht ausgerottet werden. Ihre Zeit kommt noch. Und wenn erst einmal die Macht des Bolschewismus gebrochen ist, erhält auch Deutschland seine Chance. Zitat Ende Auch das nächste Zitat ist aus der Publikation von Viktor und Viktoria Trimondi, Hitler, Buddha, Krishna und gibt einen Brief wieder von dem Oberhaupt der Buddhisten in China, Tai Sü, An den Führer des deutschen Volkes, Herrn Adolf Hitler vom 11. August 1937 Ab Tai Xi in Kloster Ta Lin Zhu, Kuling via Kiyo Kang, Jiangxi, China Kuling, den 11. August 1937 Die wissenschaftliche Zivilisation unserer Zeit ist getragen von der arischen Rasse. Die religiöse Kultur der Vergangenheit aber hat ihren Höhepunkt im Buddhismus, dessen Stifter, der Buddha Shakyamuni, ebenfalls arischer Herkunft war. Die Menschen in Europa und Amerika sind heute nicht glücklich. Offenbar, weil ihr Leben allein durch Wissenschaft geordnet ist und diese auf Fragen religiösen Inhalts ihnen keine Antwort gibt. Sie bedürfen der Religion. Nun stehen die meisten Religionen im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Nur der Buddhismus hat deren Erkenntnisse voll in sich aufgenommen, ja geht darüber hinaus. Daher ist er berufen, die Religion der Völker Europas und Amerikas zu werden. Der Buddhismus hat als grundlegende Wahrheit erkannt, dass es vier Haupttugenden gibt, die der Mensch haben muss, um vollkommen zu sein. Mitleid, mit der Not des Nächsten, Einordnung, in die soziale Rangordnung, Wirken, für Besserung, und Mut, Widerstände zu brechen. Die Völker in Indien und China besitzen zwar die ersten beiden dieser Tugenden, die letzteren beiden aber nicht in genügendem Maße und daher ist ihre Persönlichkeit nicht vollkommen und der volle Segen des Buddhismus kann sich bei ihnen noch nicht zeigen. Ich meine, dass das germanische Volk, das jetzt unter seinem Führer geeint ist, in ganz wunderbarer Weise drei Eigenschaften entwickelt hat. Wissen, Einordnung und Mut. So kann nur die buddhistische Religion, in der diese drei Eigenschaften Grundtugenden sind, die Religion des germanischen Volkes sein. Und nur des alten arischen Stammes vortrefflichster Spross, Shakyamuni, der Heilige, kann der religiöse Führer sein für das germanische Volk, den vortrefflichsten Spross alten arischen Stammes. Wenn der Führer die buddhistische Religion studieren will, die für das heutige Europa und Amerika und das germanische Volk so bedeutungsvoll werden kann, so bitte ich mir zu schreiben und ich will gerne antworten, so viel ich weiß. Ich wünsche ihrer Regierung furchtlose Festigkeit. Mehrere Siegel Gezeichnet das Oberhaupt der Buddhisten in China Tai Hezü Zitat Ende Das nächste Zitat ist aus der Zeitschrift für Buddhismus aus dem Verlag Oskar Schloss, München-Neubiberg Dritter Jahrgang, Heft 7 und 8 Juli-August 1921 Seite 256-7 Zitat Weshalb Deutschland den Krieg verlieren musste In Klammern Deutsch-Österreichische Tageszeitung Wien Folge 54 vom 7. April Unter diesem Titel veröffentlicht die Deutsch-Österreichische Tageszeitung einen längeren Aufsatz, der einen Brief aus deutsch-freundlichen Kreisen Amerikas aus der Illinois-Staatszeitung vom 7. Februar wiedergibt. Dort heißt es unter anderem Zitat Eine Nation, die ein halbes Dutzend Bände über Buddha veröffentlicht, während der Bolschewismus in voller Blüte steht, hat keinen Anspruch auf Weltherrschaft. Der gelehrte Deutsche, der an einer Übersetzung des Mahaparinib Banasutam zu arbeiten vermochte, während Enver Pashas Türken die Retirade bekamen, sollte kriegsgerichtlich erschossen werden. Sie haben es verdient, Herr Juncker, den Krieg zu verlieren, und die Bücherkataloge hier vor mir beweisen mir ihre Unwürdigkeit. Zitat Ende Das nächste Zitat ist von Miguel Serrano, Das goldene Band, Seite 366, wieder zitiert nach Victor und Victoria Tremondi, Hitler, Buddha, Krishna. Zitat Sein Geschick, also das des 14. Dalai Lama, ist eng mit demjenigen Hitler Deutschlands verbunden, aufgrund noch nicht entdeckter Verbindungen. Wenige Jahre nach Deutschland fällt auch Tibet. Zitat Ende Das nächste Zitat ist aus einem Interview, das der Dalai Lama dem deutschen Playboy gab. Ausgabe 3, 1998, Seite 40, wiederum zitiert nach Victor und Victoria Tremondi. Zitat Als die SS-Vergangenheit Heinrich Harras 1998 bekannt wurde, verteidigte ihn die ranghöchste Inkarnation des Bodhisattva Avalokiteshvara, der 14. Dalai Lama, mit den Worten Natürlich wusste ich, dass Heinrich Harras deutscher Abstammung war, und zwar zu einer Zeit, als die Deutschen wegen des Zweiten Weltkrieges weltweit als Buhmänner dastanden. Aber wir Tibeter haben traditionsgemäß schon immer für Underdogs Partei ergriffen und meinten deshalb auch, dass die Deutschen gegen Ende der 40er Jahre von den Alliierten genügend bestraft und gedemütigt worden waren. Wir fanden, man sollte sie in Ruhe lassen. Zitat Ende Das nächste Zitat ist vom Dalai Lama in einem Vortrag am 31.05.2003 in Berlin. Sinngemäß nach dem Gedächtnis des Verfassers. Zitat Wenn ich hier in Deutschland bin, erinnere ich mich besonders gern an meine alten deutschen Freunde Peter Aufschneiter und Heinrich Harrer. Als ich dann später in den Westen kam, erklärte man mir, dass sie Österreicher waren. Nun, ich muss zugeben, dass wir damals in Tibet so weit weg waren, dass das für uns so erschienen, als ob es dasselbe wäre. Zitat Ende Lacht und Gelächter des Publikums folgt Das nächste Zitat, wiederum zitiert nach Vektor und Viktoria Tremondi, stammt von Karl Maria Williguth und er äußerte dies im Trance-Zustand zu Ernst Schäfer 1937 in Berlin-Dahlem Zitat Heute Nacht habe ich mit meinen Freunden telefoniert, in Abyssinien und Amerika, in Japan und Tibet, mit allen, die aus der anderen Welt kommen, um das neue Reich zu errichten. Der abendländische Geist ist von Grund auf verdorben. Wir haben eine große Aufgabe zu erfüllen. Eine neue Ära wird kommen, denn die Schöpfung unterliegt nur einem großen Gesetz. Einer der Schlüssel liegt beim Dalai Lama und in den tibetischen Klöstern. Nun folgen einige Zitate von Erhard Landmann aus dem Buch Weltbilderschütterung Die richtige Entzifferung der Hieroglyphenschriften 1993 Alle großen Kulturbringer weltweit tragen den Namen Wotans. So wurde mir plötzlich klar. Wotan bei den Germanen und den Mayas. Buddha ließ sich auch auf Wotan zurückführen und Buddha hieß bei den Japanern und anderen Ostasiaten Sakya Muni, der sächsische Mönch und stammte aus dem Volk der Sakya, der Sachsen. Also genau wie bei den Angeln und Sachsen Britanniens und bei den Mixe Sokwe und in Peru. Ein Kloster in Tibet heißt heute noch Sakya und in der zweiten Silbe des Wortes Tibet erkennt man noch Bet, Wet, also den Namen Wotans. Der angebliche Vorname Buddhas Gautama oder Kutama kommt vom Althochdeutschen Guter Mann oder Gottes Mann. Das war eine wichtige Erkenntnis. Denn der Kulturbringer der Osterinsel war Hotu Matua. Hier war aus dem Althochdeutschen Huotu nur ein U verloren gegangen, sodass sich hinter Hotu Matua Huotu Man Guata verbirgt. Bei den Inkas gab es Manko Kapak, was sich auf Wotan, Kapak C zu T und N P zu W Mann Kut zurückführt. Und wir hatten ja dort auch das Inti Huatana und das Sachsakwe Man. Der Gott aber der dortigen Völker hieß Virakocha, was Althochdeutsch Vera Kuot, der wahre Gott, bedeutet und nicht der Schaumgeborene oder was sonst vermeintliche Sprachwissenschaftler erfinden. Der große Manitou bei den Indianern Nordamerikas enthält wieder das Man-Kuot. Nur der Wotan-Zusatz ist hier verloren gegangen, aber wie wir bereits sahen, die Anisazi, das Volk Wotans, war auch vorhanden. Auch Moses und Mohammed enthalten den Namen Wotans. Moha und Weth, der mächtige Weth, der mächtige Wotan. Das war von Seite 50. Nun weiter zitierend Seite 97. Freya gebar Wotan ohne Zeugung. Maya gebar Buddha ohne Zeugung. Man sieht die Gleichheit beider Namen von Freya zu Maya, wo nur ein R verloren ging und der Lippenlaut F in den Lippenlaut M verwandelt wurde, wie bei Wotan und Buddha, wo ebenfalls Lippenlaut W in Lippenlaut B überging. Dass beide dem Volk der Angeln und Sachsen angehörten, haben wir mehrfach gesehen in diesem Buch. Dann haben wir die Geburt Jesus durch Maria. Maria ist ebenfalls nur Freya. Viele ältere Germanisten wie Wilhelm Braune wundern sich, dass Maria in altdeutscher und mittelhochdeutscher Zeit zweisilbig geschrieben und gesprochen worden zu sein scheint. Also Mar-Ja. Und weiter zitierend von Seite 123. Nun liegt vor mir ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Titel Gehört Tibet zu China? In diesem Artikel kommen vier tibetische Worte vor, die allesamt gute althochdeutsche Wörter darstellen und es scheint alles darauf hinzuweisen, dass diese Sprache, ebenso wie das Kish der Maya, ein gut erhaltenes Althochdeutsch ist. Der Name der Tibeter geht, wie ich bereits sagte, auf Wotan zurück, entweder über Beti, Veti oder über Tibetani, Tibetani. Dies wird nun untermauert durch die Tatsache, dass im vorliegenden Zeitungsartikel der Name der Tibeter mit Tanguten, also die Angeln, Angu angegeben wird, genau wie der ihrer Nachbarn, der Mongolen. Interessanter noch sind die aufgeführten Wörter aus der tibetischen Sprache. Niedere Beamte werden als Amban bezeichnet, was ganz einfach das Althochdeutsche Ambat-Mann, der Beamte, Amtmann ist. Eine Sekte der Gelbmützen heißt Gelugpa. Hierin stecken die beiden Althochdeutschen Wörter Gelu Gelu gleich Gelb und Kappa gleich Kappe Mütze. Im Niederländischen heute noch Kapp und im Englischen heute noch Cap. Aus dem Althochdeutschen Gelukappa, das wegen fehlender fester Rechtschreibung auch Gelukappa oder Gelugappa geschrieben wurde und im Sächsischen und Angelschen Dialekt, wie noch heute in Deutschland im Sächsischen Dialekt, wo der K-Laut gern als G-Laut gesprochen wird. Welche Konstanz über die Jahrtausende und welcher Beweis für den Einfluss der Dialekte und der sprachlichen Nachlässigkeit auf den Zerfall der ganz eigenen Sprache von Babel oder Babylon. Aus diesem Althochdeutschen Gelugappa haben die Tibeter ganz einfach durch Umstellen des Buchstaben A die Gelugpa gemacht, aber die Bedeutung Gelbmützen, Gelbkappen ist geblieben. Schließlich taucht auch noch ausgerechnet bei den buddhistischen Tibetern, die nicht an Gott glauben, das Althochdeutsche Kot in Form von Yonmkot auf. Und dieses Wort wird in dem Zeitungsartikel mit Gabenspender und Verehrungswürdiger übersetzt. Also genau mit den Eigenschaften, die man vom Gott allgemein erwartet und die man ihm allgemein zuschreibt, nämlich, dass er alle Gaben spendet und dass er verehrt, angebetet zu werden, würdig ist. Noch frappierender für mich ist die Silbe Yon-Em, Yon-Em, die dem Wort Gott vorangesetzt ist, weil sie auf das Yom-Kippura, das heiligste Fest der Juden, hinweist. Ich meine, hier konkret sprachwissenschaftlich und weltweit mit der richtigen sprachwissenschaftlichen Methode nachzuforschen, würde uns ganz sicher wieder auf die Spuren der ursprünglichen wahren Religion hinführen. Wieder haben wir eine Trefferquote von 100% erreicht. Für vier tibetische Wörter und einem zusätzlichen Namen für dieses Volk lassen sich vier gleichlautende und gleichbedeutende althochdeutsche Wörter finden und auch der Name passt nicht nur zu meiner Interpretation des anderen Namens für dieses Volk, sondern auch zum Stamm der Angeln, Tiweti und Teanguten, der Angel und Sachse Wotan und seine Angeln. Was mich nur immer wieder verblüfft, ist die Blindheit und Fantasielosigkeit unserer Ethnologen und Sprachwissenschaftler, die jahrelang in Tibet waren oder die Sprache gelernt und in Anführungszeichen studiert und erforscht haben wollen und dann nicht die einfachsten Zusammenhänge erkennen können. Mir jedenfalls genügen ganze fünf Worte, um zu erkennen, um was für eine Sprache es sich handelt. Zitat Ende. Das nächste Zitat stammt von Nostradamus aus seinem vierten Buch der Vers 67 von Nolan Zitat Eine neue Sekte von Philosophen Tod, Gold, Ehre und Reichtum verachtend bleibt nicht innerhalb der deutschen Berge eingegrenzt. Von ihrem Gefolge werden sie Unterstützung und Antrieb erhalten. Zitat Ende Das nächste Zitat ist wiederum aus dem Buch Hitler, Buddha und Krishna, diesmal Seite 546 An anderer Stelle lehnte Hitler aber seine Messias Rolle explizit ab und will nur der Vorläufer eines Kommenden sein. Zitat Hitler Aber ich bin nicht der Messias, er wird nach mir kommen. Ich habe nur den Willen, dem deutschen Volk die Grundlage für die wahre Volksgemeinschaft zu schaffen. Zitat Ende. Soll er zu Otto Wagner gesagt haben. Das nächste Zitat ist ein Auszug aus dem stehgreif gehaltenen Vortrag von Katharine Tingley, Leiterin der originären theosophischen Gesellschaft, legitimierte Nachfolgerin und Tulku von Helena Blavatsky in der esoterischen tibetischen Übertragungslinie, gehalten am 11. Oktober 1925 im Beethoven Saal in Berlin. Zitiert nach dem stenografischen Bericht Germany's Mission in The Theosophical Path Point Loma Februar 1926 Seite 105 bis 112 Zitat Freunde, obwohl ich nicht Ihre Sprache spreche und nicht viele von Ihnen persönlich kenne, fühle ich mich bei Ihnen dennoch sehr zu Hause. Das ist für eine öffentliche Rednerin sehr ermutigend, eine Atmosphäre der Großherzigkeit, Freundlichkeit und Wertschätzung zu spüren, während sie eine Ansprache an das Publikum richtet. Ich bin mir aber ganz sicher, dass, wenn ich Ihre Sprache sprechen könnte, Sie mich besser verstehen könnten und auch ich würde Sie besser verstehen. Deshalb bitte ich Sie, Geduld mit mir zu haben, bis Sie unseren Freund, den Philosophen Dr. Rolf Hoffmann, hören können, der meine Worte übersetzen wird. Ich danke Ihnen im Voraus. Zuallererst, denke ich, sollte ich meine Stellung ein wenig mehr bestimmen, als ich das bisher in Deutschland getan habe, denn das Wort Theosophie wurde ziemlich missbraucht. In der Folge haben sich sehr viele ernste und ehrbare Wahrheitssucher, jene Klasse von Gemütern, die fortschrittlich und nicht damit zufrieden sind, was sie bereits wissen, sondern mehr zu wissen wünschen, von der Theosophie abgewandt. Das kommt, wie bereits gesagt, daher, dass sie in diesem Land so unsinnig und lächerlich missbraucht worden ist. Wegen all der falschen Vorstellungen, die Sie von der Theosophie bekommen haben müssen, ist es meine absolute, wenn auch unangenehme Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass die ursprüngliche theosophische Gesellschaft, deren Haupt zu sein ich die Ehre habe, keine falschen Lehrer der Theosophie anerkennt und es auch nie getan hat. Ich habe keinen Wunsch, mich in das, was auch immer Sie tun mögen, einzumischen, aber es ist meine Pflicht gegenüber der Sache, die ich repräsentiere, sie wissen zu lassen, dass echte Theosophie eine sehr reine und erhabene Lehre ist. Ich spüre, dass Deutschland eine außergewöhnliche Mission hat, während die äußeren Bedingungen ihres Vaterlandes heute, in seinem ganzen Zustand der Ruhelosigkeit und Ruhestörung, das Volk von seiner großen Mission abzubringen scheinen, suchen die dauerhaften spirituellen Gesetze nichtsdestotrotz um Aufnahme in die Herzen der Menschen. Wenn diese Nation jenen belebenden Geist einfangen kann, wenn sie als Ganzes zu ihrer Kraft erweckt werden kann, zu ihrer wesentlichen Göttlichkeit, zu ihren spirituellen Möglichkeiten und dann und davon hängt es ab, werden sie bald eine solche Qualität der Einheit unter sich erleben, wie sie sie niemals zuvor gekannt haben, etwas von dem sie geträumt haben und worauf sie gehofft haben und für das sie gebetet haben, es aber niemals zuvor kennengelernt haben. Sie wird so schnell kommen, wie die Morgenröte im Osten aufscheint. Sie wird zu ihnen kommen, denn sie haben etwas Besseres verdient als das, was sie jetzt haben. Ich denke, sie werden Geschichte machen. Sie werden zukünftigen Generationen eine Geschichte hinterlassen, die es wert sein wird, dass man sich an sie erinnert. Ihre Geduld und ihre Ausdauer haben ihre Nation mehr als geheiligt. Sie haben mehr gelitten, als es in Worten jemals ausgedrückt werden kann. Ich bin nicht gekommen, um von ihrem lieben Volk etwas zu fordern, sondern nur, um auf gewisse Weise zu versuchen, die Botschaft der Theosophie in ihre Herzen einzupflanzen, im Herzen der deutschen Nation. Wenden sie sie im gewöhnlichen Leben an, in ihrem nationalen Leben wie in ihrem persönlichen Leben, und bringen sie die herrliche Verkündigung einer Nation hervor, die ihre Zukunft auf der sicheren Grundlage spirituellen Wissens und spirituellen Lebens aufbaut. Unter den gegenwärtigen Bedingungen mit meinem begrenzten Wissen über das Warum und Weshalb der Notlage ihres Landes verstehe ich nicht, wie sie im Laufe der Zeit einen Krieg verhindern wollen, wenn sie nicht in ihren eigenen Herzen, im Herzen ihres Volkes und ihrer Kinder und allem, die sie kennen, diese wunderbare Botschaft der Theosophie einpflanzen, die die Botschaft ihres Landes werden wird. Lassen sie das Wort Theosophie weg, wenn es ihnen unangenehm sein sollte, aber lassen sie sich herab zur wahren Essenz der Theosophie, die universelle Bruderschaft ist. Wir alle gehören zu einer großen und göttlichen Familie und wir sind unseres Bruders Hüter. Wie viel anders könnten unsere Konvente und Kongresse verlaufen, wenn jeder, der diese großen Anstrengungen unterstützt, um der Welt Frieden, ein mehr rationales Denken, eine größere Einheit und den wahren Geist der Bruderschaft zu bringen, in solche Zusammenkünfte gehen könnte, in der Überzeugung, dass wir alle wesentlich göttlich sind, dass wir die Kraft haben, die Welt auf rechte Weise zu regieren, dass wir die Kraft haben, zuerst die Schwächen unserer eigenen Natur zu überwinden und dann erst die Schwächen unserer Nationen. Dies kann nicht innerhalb einer Stunde oder eines Tages vollbracht werden, aber wir haben die Kraft, um unseren Fuß auf den Pfad zu setzen, der immer aufwärts führt zur Vollendung der inneren Kräfte des Menschen. Liebe Freunde, da Sie in unserer begrenzten Zeit heute Abend nur ein wenig von der Theosophie empfangen konnten, fühle ich richtig, dass ich Ihre höchsten Ansprüche übersehen würde, wenn ich Ihnen nicht sagen würde, dass der Weg, um das Wissen der Theosophie zu erreichen, der ist, die Theosophischen Standardbücher zu lesen, insbesondere die Werke von Helena Petrova Blavatsky. Nebenbei gesagt, möchte ich Sie gern daran erinnern, dass H.P. Blavatsky, die Gründerin der Theosophischen Bewegung in moderner Zeit, von einer Seite ihrer Familie von deutscher Abstammung war, derer von Hahn, und dass sie ihr größtes Buch, die Geheimlehre, vor vielen Jahren in Würzburg begonnen hat. Sie hat eine Literatur von seltenster Qualität geschaffen. Sie wird die Wissenschaftler, Gelehrten und Denker herausfordern. Sie kann jedoch von allen Klassen gelesen werden und ihnen von Nutzen sein. Sie hat ebenso Isis entschleiert geschrieben und Der Schlüssel zur Theosophie, beide reich an wunderbaren Lehren, nicht ihren Meinungen, sondern mit dem Wissen, das sie von der uralten Weisheit hatte. Wenn ihr Gemüt begrenzt ist, wenn sie Vorurteile haben, wenn sie mit dem Leben so wie es ist zufrieden sind, werden sie in der Theosophie vielleicht nicht viel finden. Aber wenn sie hungrig nach Wahrheit sind, wenn sie mehr wissen wollen über die Gesetze, die ihr Leben beherrschen, wenn sie gegen all die Ungerechtigkeiten rebellieren, die ihnen widerfahren, wenn sie nach Licht verlangen, wenn ihre Einstellung lautet Oh mein Gott, gib mir Licht, wenn es das ist, was sie suchen, dann lesen sie die Bücher von H.P. Blavatsky. Wenn sie diese nicht kaufen wollen, leihen sie sie von den öffentlichen Büchereien aus, und wenn sie dort nicht vorhanden sind, werden sie dort hinstellen. Ich hoffe, dass sie diesen Saal heute Abend nicht mit der Vorstellung verlassen werden, dass das, was ich gesagt habe, nur leeres Gerede oder Fantasie ist, denn es ist alles für sie gedacht. Und wenn sie die theosophischen Standardbücher lesen, werden sie das Wissen finden, nachdem sich ihr Herz sehnt. Es wird von ihnen überhaupt nichts verlangt, außer dass sie sich anstrengen, aufwärts zu gehen, um das Wissen zu erlangen, auf das sie ein Anrecht haben, damit sie daraus Nutzen für ihr Leben ziehen können und damit ihre liebe Nation sich aus ihrem Schattendasein und ihren Kämpfen erheben und ein Leuchtturm für die Welt werden kann. Denn das, ich betone das ausdrücklich, wird sie sein. Ich danke ihnen. Zitat Ende.